Junge, was passiert hier? Was? Da fliegt alles rein. Das ist ein schwarzes Loch. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Es saugt einfach jedes Item auf. Oh mein Gott, wie groß wird das? Das hört nicht mehr auf. Jeder einzelne Block eingesauft wird. Oh mein Gott. Was? Was? Die ganze Welt wird aufgefressen. Die Welt wird aufgefressen. Wie krass ist das? Wenn ihr sehen wollt, wie die Welt nach 24 Stunden aussieht, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo und ein Like da.